Was hat sich von ihm gemacht? Was hat sich bei ihm vorgeschlagen? Klaus! Klaus! Was hat sich von ihm vorgeschlagen? Was hat sich jetzt eine wahnsinnige Schlange? Schöne Unterschiede sind es nicht groß! Weil er hat einen neuen Voller-Ressatz. Er wollte man seinen neuen Voller-Resatz. Klaus! Er wollte man seinen neuen Voller-Über-Satz. Er wollte man seinen neuen Voller-Ressatz. ein Polarisationsfilter ausprobieren, da kann man vielleicht auch die Schuhreflex mitnehmen. Das war ein schönes Tor, ich habe es genau drauf.